das sechste defizit ist spotten und lustig machen dass man menschen verspottet und sich über andere lustig macht das basiert meistens darauf dass man andere individuen als etwas minderwertigeres oder geringeres betrachtet und deswegen macht man sich über sie lustig das heißt dieses über jemanden zu spotten beinhaltet gleich zwei defizite oder drei einmal das spotten selbst dass du jemanden auslast oder derartiges zweitens dass du dich selbst als etwas höheres betrachtest in deinem gegenüber als etwas niedrigeres das sind drei defizite zugleich der muslim ist des muslims oder das heißt er erniedrigt ihn nicht oder er sieht ihn nicht als etwas niedrigeres an